Herzlich Willkommen auf der Tattoo Convention in Zwickau. Wir sind nach über 8 Jahren zurück im Clubhaus Sachsenring, weil wir denken, dass mit der Convention in Zwickau auch viele regionale Studios die Chance haben sollten sich einfach zu präsentieren und die Resonanz auf diese Tattoo Convention hier im Clubhaus Sachsenring war wirklich enorm, auch seitens von den Studios her. Wir haben ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Es kommt Guido Elvois, auch genannt als Weser Elvis. Dann haben wir morgen Kelvin Calvus aus Dresden, der mit einer Kugelkontakt-Jonglage euch ein tolles Programm vorstellen wird. Kelvin Calvus war im Jahr 2008 Zweiter beim Supertalent. Dann haben wir den TSG Rubin Zwickau mit einer Tanzgruppe hier. und natürlich über 50 Tätowierer. Einen Piercer haben wir da. Die Tattoo- und Piercing-Szene, die hat wirklich zwei ganz, ganz harte Jahre hinter sich mit Lockdowns. Berufsverbot quasi. Es dürfte monatelang nicht tätowiert werden. Hinzu kam, dass die EU-REACH-Verordnung viele, viele Tattoo-Farben verboten hat. Quasi von heute auf morgen aufgrund Konservierungsstoffen. Die Industrie hat inzwischen Farben entwickelt, reach-konforme Farben, die der EU-Norm entsprechen, die jetzt auch benutzt werden können. Also auch bunte Tattoos sind problemlos wieder möglich. Und wir freuen uns einfach und hoffen einfach, dass die Tattoo- und Piercing-Szene jetzt wieder voll an den Start gehen kann. Wir freuen uns einfach, hier in Zwickau zu sein und würden uns freuen, euch am Sonntag nochmal begrüßen zu können. Am Sonntag gibt es keine Regeln mehr, was Corona betrifft. Die